Schaut ein Like, drop dein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Kommt auf eurem Discord, um bei diesen Videos mit Smacher und Null. Nee, wo bin ich denn hier gelandet? Ey, sag mir nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg in die Stadt laufen muss. Warum bin ich hier gespawnt? Hä, wie siehst du mich? Hä, warum? Ich seh dich, du stehst direkt vor mir. Nein, wie hast du mich im Noclip gesehen, hä? Hab ich nicht. Ja, was? Hilfe, ja, was? Hilfe, wie kann man dir helfen? Ja, warum bin ich an diesem random Punkt hier? Äh, nein, das ist ein Bug. Ah, okay. So, jetzt reparier ich schön mein Auto. Oha, woher kommst du? Hey, ich komm aus dem Nirgendwo. So, wo sind jetzt hier die Leute? Entschuldigung. Entschuldigung. Ist ein guter RP-Hintergrund, ein Auto zu klauen, dass man ein Auto braucht, wenn man keins hat. Nein, das kann ich gar nicht. Hey, die lagen da tot, die brauchen den gar nicht. Muss man sich selbst erarbeiten, hä? Das ist doch kein RP-Groder. Boah, als ob ich arbeiten gehe. Steig mal aus, Robin. Steig mal aus. Wieso? RP sitzt jetzt in der Halt. Weil das ist nicht kein Fahrzeug, ist ganz einfach. Aber ich hab's dir ehrlich geklaut. Steig aus. Ich hab's ehrlich geklaut. Steig aus. Junge, was für ein Aussteigen. Ich hab's ehrlich geklaut. Ja, wenn sie kein Perma haben wollen, dann lassen sie das lieber mit dem Auto klauen und dann noch vor einem Supporter wegfahren. Wie soll ich jetzt noch Geld verdienen? Was soll das sein? Ha, du kleiner Arzt. So, Hendo-Rodas knallt. Was? Hendo-Rodas knallt. Oh, mein Baseballschläger. Boom. Oh. Oh, Medic. Ich hab den fette Kopf mit dem Baseballschläger eingeschlagen. Den kann man nicht mehr helfen. Wo ist mir einer? Ich seh ja keinen. Der liegt hier, direkt vor mir. Ich seh ihn nicht. Kann man bitte einmal hochheben mit den Strenmuskeln? Ich kann ihn nicht. Aber eigentlich würde ich ihn nicht tragen. Eigentlich ist er ja tot. Ah, dann müssen wir ihm trotzdem in die Leichenhalle bringen. Genau. Dann müssen sie ihn einfach hier verrecken. Nein, Sie müssen den jetzt einmal tragen. Wir lassen ihn jetzt hier einfach verrecken. Den müssen ihn einmal tragen. Na, klappt wohl nicht, oder? Ja. Ja, Sie müssen den jetzt einmal tragen, oder? Nein, nein, der verreckt, den. Sonst muss ich das PD rufen, und sie werden verhaftet. Der verwesst, der verwesst. Lassen Sie ihn verbrechen. Ich ruf das PD einmal. Dann rufen Sie das PD, ich hab Angst. Gehen bleiben. Ja, sagen Sie, was ich getan habe, dann bleib ich stehen. Gehen bleiben, oder ich taser Sie. Oha, warum? Schussankündigung? Das ist kein Schuss-Call, das ist ein Taser-Call, das ist ein Unterschied. Von mir! Oder ich werde Sie tasern. Das ist besser für Ihre Nase. Und jetzt bleiben Sie. Ja, ja. Aber tut mir ein bisschen leid, aber... Äh. Hast du ihn losgelassen, oder wie? Ja, ich glaub, ja. Lassen Sie mich. Warum kann der laufen, Alter? Lassen Sie mich. Warum kann der? Nein, Sie lassen mich, hallo. Ich hab Ihnen nichts getan. Ich bin da, die Herren, was gibt's? Ja, der Kollege setzt sich hier die ganze Zeit hin, und deswegen... Ja, der ist gepfesselt und setzt sich die ganze Zeit hin. Kann man sich nicht, wenn man gepfesselt ist, hinsetzen, hä? Oh, die Herren. Alles gut, ich bin ganz kurz weg, ich hol einen der Bannrichter. Oha! Achtung! Achtung! Wenn ich jetzt einmal darf, bitteschön. Achtung! Habe ich jetzt schon länger. Achtung! Tschüss! Achtung! Ja. Achtung! Bleib marschiert. Achtung! 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 Hallo, ich möchte gerne einreisen. Hallo. Hattest du ja. Besser ist es, mein Junge. Ich hab lange auf Sie erwartet, und jetzt bin ich hier. Moin, was geht? Hattest du ja, ich will mich merken, Sie sind ganz lustig, oder? Hä? Wie? Hä? Was hab ich gemacht, Junge? Ich hab mich umgezogen. Alles Gute, Herr. Sehr gut, dann nehmen Sie einmal mit Ihren Koffer mit und kommen rum. Außenrum? Haben Sie da nichts rausgeklaut? Außenrum und nicht irgendwie wieder. Haben Sie mir auch da nichts geklaut? Das ist kein Laufband, das ist für den Koffer. Ja, wo soll der Koffer hingehen? Das ist die Waage, das ist die Waage, das ist die Waage, das ist die Waage, da kann ich mich auch raufstehen, die Explosite nicht. Bei Ihnen schon, aber bei mir nicht. Ich weiß nicht. So, da vorne einmal rechts an den drei Get-Automaten vorbei und durch die Tür, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So, Leute, wir haben es geschafft, wir sind unsichtbar. Ich hoffe mal, dass ich auf dem Weg zum Würfelparken nicht vor einem Atmenden entdeckt werde, weil ich schon gerne mit dieser Unsichtbarkeit trollen würde. Schneckchen, kann man dich kennenlernen? Ähm, man sieht dich nicht mal. Ja, doch, man sieht mich nicht. Ich glaube, ich gebe euch die Mühle jetzt mit. Hallo? Sei ein Zauberer. Hallo, ey, ich bin kein Zauberer. Ich bin kein Zauberer. Wolltest du träumen, bist du schneller weg, als du schauen kannst, gell? Ich fahr eh lieber Müllwagen, Alter. Ja, besser für dich, da gehörst du auch hin, du Müll. Hallo, VDM. Na saßen Sie mal, geht's noch? Komm mal. Hallo, warum schlägst du mich? Wer bist du denn jetzt? Du hast mich doch vorhin vom Roller gefahren. Junge, Alter, WTF, Junge, was willst du? Kannst du mich mitnehmen zur Vorschule? Warum redest du so seltsam? Bist du Stress? Was? Nein. Du hast einen Stress, habe ich gehört. Hallo, hör auf. Aua, rein, rein, rein. Das war bei RdM, ist schon klar, ne? Nee, das war kein RdM, ich habe ja einen Grund. Ey, hallo. Hallo. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte sicher nicht glauben, ich habe selber einen Stress. Junge, was für. Nein, hör auf, hör auf. Benimm dich. Bitte, hör auf. Jetzt knie dich hin, knie dich hin. Bitte. Ja. Knie dich hin. Es geht nicht. Was für, es geht nicht, Junge. Auf die Knie mit dir. Auf die Knie. Hör auf, hör auf, bitte. Auf die Knie. Hör auf, hör auf, ich bin tot. Du bist nicht tot. Entschuldige dich und sag, ich klau... Ey. Du klaust nicht mein Roller. Aber das ist deiner, ja. Junge, willst du Stress? Wie der Kollege hier, der auf dem Boden liegt. Das ist adios. Junge. Mensch, das wollen zwei Leute meinen Kack. Roller klauen, was ist euer Problem, Alter. Ey. Runter da. Ich brauche einen Roller. Junge, dafür kriegst du jetzt Schläge. Dafür schlückt es. Ey, okay, stopp, ich bin gleich tot. Bitte, hören Sie mich. Schlagst mich noch einmal, ne? Ja, was für noch einmal, hä? Bitte, mich. Junge, niemand klaut meinen Roller. Hä? Die Mäde, das wollen schon heute drei Leute meinen Roller klauen. Warum sind alle Roller geil?